Hallo YouTube, hallo Abonnenten, ich bin es, euer MiamiRise und ihr seid hier auf meinem Kanal MiamiSquad. Wir spielen die finale Mission vom Heiß 3 ins Affenlabor einbrechen. Mit dabei ist der Natharon, der Scarehead und der Prinz. Was quatscht der eigentlich immer? Hört denn irgendjemand zu? Ja, ich werde gerade gefragt, alles klar soweit. Achso, gut, okay, nö, höre ich nicht zu. Irgendwas mit Ground Team und er, also zwei in der Luft und zwei am Boden. Ich könnte einen Pfeffer, ich könnte einen Pfeffi vertragen. Warum eigentlich Pilot? Scheiße, Alter, ich mach Bodentrupp. Was, was gibt's denn alles für Jobs? Ich würde gerne Pilot, Schütze, Bodentrupp. Alles klar. Bodentrupp oder Schütze mach ich. Ich kann auch Schütze machen. Ich mach Pilot. Alles passt eigentlich. Ja. Oh, mir wurscht. Das ist ja auch was dafür zahlen müssen. Dann sind wir alle bitte auch bereit. Yes. Bin ich bereit. Ah. Bin doch nicht bereit. So, der Skate wird jetzt rausgeschmissen. Ich hab den falschen Controller in der Hand. Sorry. Äh, nicht an deiner Freundin rumspielen. Äh. I- Nee. Ich hab den falschen Controller in der Hand. Echt? Ey, sag mal, wer geht denn hier? Was ist denn das? Ich will's fahren. Ich will's fahren. Ey. Ey, wieso kann ich das nicht fahren? Fahr's bei mir mit. Das ist mein Begeweitigungs-Truck. Wir sind wenigstens nicht so langweilig wie andere YouTuber, die hier alle mit diesen teuren Karren rumfahren. Unter deinen Stärker. Oh, ich hab gedacht, der bleibt drin. Oh. Alter. Alter. Oh, jetzt ist mal Ruhe. Was geht? Jetzt ist die Türke. Super. Super. Das längste und langweiligste an diesen ganzen Videos auf YouTube ist immer die Hinfahrt zu den Anfangsfahrzeugen. Da hat jemand eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wer. Keine Ahnung. Achso, es geht, ist ja der einzigste, der hier über eine Kinect macht. Er lacht, wie sich die Headset holt. Da, da war's hier wieder, der Baum wollte nicht weg. Meine Freundin sagt, ich bin zu laut, aber ich hab ein Headset auf. Ich hör das doch gar nicht. Ist wieder, wieder fette Bauarbeiter. Mit seinem fucking 6 Uhr Magen Termin, wo er hier auf der Straße mit einem Bohrer-Dingens machen muss. Stehst du? Kannst du ausrasten. Frechheit, diese Bauarbeiter, ne? Jetzt fahre ich schon wieder runter, das ist so eine Scheiße. Das fach nicht aus der anderen Tür kaputt. End zu. Nein. What the fuck ist das ge... Oh, es geht, mir wird hier so schlecht. Da, 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 da. Ich will meine Kohle haben, danach rede ich kein Stück mehr mit dir. Was wollen die da so weit oben? Viel zu hoch jetzt. Okay, warte. Warte mal. Warte. Warte, Mann. Los. Geht die UMP-V los. Wow, krass. Krass, alles. Okay, wir müssen jetzt... Der hat als erstes den Fallschirm-Einsatz verliert. Tot. Gewonnen. Der Miami wieder mit einer Punktlandung. Was macht der jetzt? Geht's? Geil, das Nachtsichtgerät, ey. Es geht, du hackst wieder. Warte, du kannst ruhig auch mal hacken. Das ist nicht so schnell. Ne, ne, mach. Was? Ich stelle mich hier wieder an. Also du kümmerst dich. Ich seh keinen. Oh, doch, doch. Einer hat mich getroffen. Oh, dass wir hier... Oh, ich seh. 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 Ach, stimmt. Oh, ich seh. Oh, der da links, links bei den Brunnen da irgendwo. Wie sehen die uns so leicht? Die haben doch keine 80 Geräte. Okay, die können dann. Okay, Heli. Schaut da niemand. Unter uns, unter uns. Links, 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 links. Hinter uns ist ein Auto und vor uns erstmal den Helikopter. Ja, das wäre so. Ich treffe nicht, ich treffe nicht. Ja, ich habe nur gerade eine Rakete gehabt. Es ist auf jeden Fall total geil, wie wir das hier hören. Schieß mal auf die Fahrzeuge, komm zu denen rein. Oder sind sie schon da? Ja, okay, die sind, sorry, die sind bei euch rein. Okay, jetzt sind sie normalerweise tot. Habt ihr Heli? Hast ihr Heli da? Naja, es ist eben. War euch alles gleich da drin? Ja. Jo. Lass mir mal den mit der Schrot vor. Wow, fuck. Ich hab ne Stimme gehört. Oh, ne, die Kräuter raus. Oh, fuck. Wenn auch mal die Personen hier töten, die woher irgendwo auf dem Park rumläuft. Okay. Ich glaub denen hat's die beiden Autos schon. Ja. Und dann noch das hier. Wow. Ich mach mir mal schnell ne Weste dran. Okay, ich mach keinen Winkel. Jetzt, jetzt, jetzt. Sauber, 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 sauber. Merza? Ich glaub wir müssen so lange aufhalten, bis die da drin mal fertig sind. Naja, wir beeilen uns schon. Seid ihr im Gebäude? Ja. Das ist cool drin aus. Ja. Nimmlich, vor allem mit dem Nachbar. Holy, zwei Joppers. Vielleicht mal den Wagen hier kaputt machen. Was, die Dinger sprengen hier, oder was? Ah, wir müssen hacken, Alter. Die Dinger gleichzeitig reinschieben. Auf drei. Boah. Okay. Eins. Was, eins. Ich will nicht sagen, aber der Heli voranz hier ist voll mit Raketengeil. Also, der geht voll an. Hast du? Ja, ja, ist offen. Geil! 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 Das ist fett, ey. Oh, ne Kacke. Ja, da vor uns. Fett. Fett weggetreten, das Ding. Oh, sauber, sauber. Sauer. Oh, nochmal zwei Helis. Okay. Okay. Aber gar nicht. Wow! Das haben die auf der Seite gezogen. Wow! Ich weiß nicht, wo die sind, aber die sind auf der Park in der Mitte. Ja. Was jetzt? Wir sind jetzt richtig. Ich kann die gar nicht sehen, die Kamera ist zu scheißen. Ich bin ein bisschen tiefer. Alter, dieses Rumzen ist so geil, wenn ihr da draußen ballert. Ja, genau. Und jetzt hier rin, wa? Wow, was? Was? Okay, Heli ist wieder da. Oh, Raketen. Jetzt sind der Wasser. Hast du das jetzt auf? Da, genau. Unter uns flisten. Heli. Ich flieg schnell um. Ich kann ihn nicht treffen. Ja, Alter, drehe mich um. Warte. Ja, runter jetzt. Wir haben ihn. Saub. Wow! Ja, gleich hier. Links von uns. Also müssen wir jetzt wieder hoch. Jetzt die Jeeps, die Jeeps, die Jeeps. Wo müssen wir hoch? Sprich den Schacht und sammelt euch am Strand. Ja, ja. Hier unten ist er. Die Luft ist aber sehr knapp, Alter. Du hast ja mehrere Atemgeräte. Und wo benutze ich die? Hast du schon eins benutzt? Ja. Wenn das erste leer ist, dann geht automatisch das nächste. Ja, hoffentlich. Haut dir schon ab? Ja. Ich verstehe es nicht ganz. Ich dachte, wir sollten einen Virus klauen. Wir haben doch jetzt nur einen USB-Stick reingesteckt. Vielleicht einen Computer-Virus. Ach, da steht... Ja, es wechselt automatisch. Oh, krass. Der Cheap ist wieder so weit vorne. Von mir? Ah ja, da bist du ja. Oh, ein Star ist ein Cheap. Was holst du mich ein? Ja, was machst du denn? Du schwimmst ganz komisch. Bin ich zu langsam oder was? Ganz komisch auch, wenn du hoch und runter gehst. Haulst. Du versuchst zu kraulen. Ganz nach links läuft. Einfach A drücken. Aber in Third Person ist es A-Span. Ja. Schau mal, da links ist ein... Der, 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 der. Ey, wieso bin ich denn langsamer als du? Das verstehe ich nicht. Weil du nicht richtig sprintest. Ich habe keine Ahnung, was du machst. Ne, ich drück dort den Stick. Zum Sprinten. Mach ich doch. Abends. 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 Abends reicht ja trotzdem lässig. Xbox Abdom. Abends, Nade. Abends, Nade. Abends. Sag mal, sag mal so zu YouTube. YouTube, hallo. Ah, jetzt ist schon besser, wenn jemand hochschießt. Ah, komm schon. Ich mach mal hier ein bisschen Platz zum Lampfen, ne? Alter! Alter, du bist im Propeller reingeschossen. Oh, sorry. So. Und jetzt müssen wir noch ein paar vom Himmel holen. Das kannst du aber wissen. Vorne kommt schon was. Vorne kommt ein Schrauber. Alter, holy Scheiße. Fuck, ich sehe nichts. Ja, der Schlag. Von meiner Seite kommt noch einer. Ja, ich flieg gegen. Ne, da ist einer bei Skate auf der Seite erst mal. Alter, was mach ich denn jetzt? Uwe, Alter. Alter, ihr fällt das richtig, Mensch. Der Raffi schießt mit der Fenton noch drauf, dann geht das schnell weg. Heißt, jetzt der wird letzten. Weiter mal rechts. Der ist direkt unter uns gerade. Der ist da jetzt leben muss. Der hat circa... Hey, ich treff absolut nichts. Aiming voll im Arsch, eher. Jetzt zum Treffen. Okay. Alter, ich hab echt nie da, ey. Waren jetzt die Vorbereitungsmisschen schwerer? Ja, die letzte Vorbereitungsmisschen. Ja, so ein bisschen, ja. Sehr nice, ey. Vor allen Dingen eine Action da drin, und euch hat man draußen immer gehört, dieses Wum, Wum. Übel. Richtig fett. Du wirst doch wohl jetzt, also das wirst du doch jetzt hinkriegen. Jetzt schieße ich die Kontaktperson ab. Bitte, bitte besser landen als am Strand. Wenn ich eiskalte Kontakt biste und abschieße. Wie ein Profi lande ich jetzt. Ja, oder drauf landen. Tada. Na ja, Profi. Nicht gewinnen. Yay, da steigt der Miami aus, hat nix getroffen am AMG. Was ist denn in Leipzig los? Überall hier Sirenen. Was quatschen die? So, hier hast du erstmal den MP3-Player mit Mucke drauf. Alter, sag mal, der Polizei soll sich hier verbissen mit dir. Und für Gott's sake, ich hoffe, du bist professionell und musst die Evidenz wegnehmen. Will die? Nee, ich will den Heli auch immer nur. Äh, der Natharon macht's wieder. Mh, buh. Was soll ich kaputt machen? Nein! Boah, halt doch, nein! Oh, Natharon ist offiziell ausgeschmissen worden. Nein, Heli, 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 Heli. Weil du mit der Sprotblende vor bist. Ja, Money, Money, Money. Und jetzt noch, noch ein bisschen Money. Yeah! Oh, unter 11 Minuten, oh. Wuh, Fahrzeugschaden! Wuh! Wir haben nur die Zeit wahrscheinlich. Yeah! Niemand wird erledigt! Wuh! Jo-ho-di-do-di. Und das bedeutet, wir haben nichts dazu gekriegt. Oh, doch! Oh! 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 Was denn jetzt los. Ey hier wirklich ne Alter an der Stange. Guck mal, was ich alles freigeschalten hab. Oh ja. Oh, was denn jetzt los. Ey hier wirklich ne Alter an der Stange. Guck mal was ich alles freigeschalten hab. Ich könnte natürlich noch Mucke von mir drunter setzen, wa? Oh, warte mal. Oh, warte mal, Volkes, Fufu, nee, warte mal, ich wollte doch hier keinen. Ich wollte doch jetzt hier keinen Labdance. Danke, danke, Fufu. Tu mal deine Fufu woanders hin. Raffi, wirfst das ganze Geld rein. Ja, kannst du haben, noch einen Dollar. Ja, kannst du haben, brauch ich nicht mehr, ist eh illegales Geld. Ob er genug davon hat, kannst du haben hier, noch ein bisschen was. Melonenbrot ist heute im Angebot, da unten steht's Melonenbrot. So, ich geh wieder in Skate seinen Vergewaltigungsbus. Danke YouTube fürs Zusehen. Wenn wir das doch alles so top hingekriegt haben, dann wünsche ich mir von euch... Das ist so wichtig. Und wenn ihr den Skate nicht mögt, dann bitte einen Daumen nach oben. Dann tschüss. Servus. Au. Ciao. 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 Ciao.